Der Executive MBA in Digital Leadership ist ein einzigartiges Executive-Programm, das sich an eine neue Generation von digital ambitionierten Führungskräften richtet. Weil digitale Technologien jede Branche der Wirtschaft disruptieren, brauchen Organisationen mehr Digital Leaders auf ihren Führungspositionen. Also Führungskräfte, die eine Vision für ihre Organisation in der digitalen Zukunft entwickelt und Technologiekompetenzen als auch die Führungskompetenzen haben, um sie auch umzusetzen. Wir glauben, dass der Technologiewandel und der Kulturwandel Hand in Hand gehen. Wir sind davon überzeugt, dass die nächste Generation von Führungskräften die digitale Transformation nur mehr können, wenn sie der Technologie- und Kulturwandel gleichermassen in ihren Organisationen vorantreiben. Genau deswegen haben wir das MBA in Digital Leadership geschaffen, ein 16-monatiges, berufsbegleitendes Programm. Das Programm gibt Ihnen die Möglichkeit, mit Top-Executives von Firmen wie Google, Cisco oder Microsoft zu connecten. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, von den besten Business-Professoren von Unis wie IMD, ETH, Yale oder MIT zu lernen. Das Programm führt Sie zu den Innovation-Hotspots in den Schweiz, in den USA und in China. Sie werden lernen, wie man andere motiviert, denn dass Sie Ihren eigenen TEDx-Talk vorbereiten und üben. Last but not least werden Sie zusammen mit Coaches und Mentoren an einer eigenen Digital Innovation Challenge arbeiten. Das Ergebnis davon können Sie für die Organisation brauchen, wo Sie gerade tätig sind oder zu Ihrem eigenen Business starten. Wenn Sie eine Führungskraft sind, die in Ihrer Organisation die digitale Transformation mitgestalten wollen, melden Sie sich zum MBA in Digital Leadership an und werden Sie zum Digital Leader. Das Ergebnis von der